Aber da ist der A&G wieder mal gegen uns. So, na also. Wenden wir gleich, äh, gleich ploppen wir schon wieder auf. Oh, hier ist gar nichts. Wie praktisch. Sie hat übrigens fast keine Pfeile mehr. Ich bin lustig, der hat Bolzen dabei. Und ist es auch lustig, dass die Armbrust eigentlich... Na gut, die Armbrust hat allerdings das Problem, dass sie nur einen Angriff hat. Als der Bogen. Au. Au. Aber unser letzter Quicksave. Äh, da unten. Was, ist das alles? Das war bevor wir das Katana gefunden hatten, gell? Ja. Hier hatten wir alles. Und da hatte ich mich entschlossen, die Armbänder doch mitzunehmen. Die Armbänder doch mitzunehmen. So. Die Armbänder. Wie kann ich vorwärts? Mehr Schaden gegen magische Kreaturen. Was ist los? In Ordnung. Und jetzt, nachdem wir wissen, dass da oben nur Fallen sind und keine Gegner... Ob wir hätten auch so kommen können. Nee, das wollte ich nicht. Ja, es soll geschehen. Ich höre mit Vergnügen. So. So. Was haben wir hier? Einen Stab? Morgenstern. Okay. Morgenstern haben wir dir gegeben. Ja. Achso, du hast jetzt auch einen magischen Streitkolb mittlerweile. Ja, das ist dann auch wieder praktisch. Und das ist nur Morgenstern plus 1. Das ist die gute Frage. Bringt ihr dir was? 2 bis 8 plus 1 zu 1 wie 8. Also das ist 1 wie 4. Das ist 1 wie 6. Also, äh, das hier ist besser. Als das hier. Weil das hier ist... Weil das hier ist... Ähm... Halt. Ich weiß nicht, das ist 1 wie 6. Das ist also... 1 bis 6 plus 2. Also 3 bis 8. Und das hier ist... 3 bis 9. Ja. Geringfügig besser, aber besser. Was ist los? Woran, wenn es dein Wunsch ist? Dann holen wir jetzt noch den Stab da raus. Stab des Arsenals. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Shit oder Geister, muss ich mir keiner damit zaubern. Sag, was du von mir willst. Gut. Wie kein Gewiss. Dein Befehl? Sterb! Ich höre. Mit Vergnügen. Gut, wieder jede Menge Skin Nettel, so wie das aussieht. Ja? Ich wasch mir mein Bart in deinem Blut! Einverstanden! Das heißt, wir können jeder eigentlich noch ein bisschen zählen. Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Okay. Was? Äh... Ja, der ist schon auch recht voll bepackt. Was ist los? In Ordnung. Gucken wir mal, ob Pfeilen hier sind. Da wechselst du auch mal wieder auf Armbrust. Schon krass, dass Armbrust trotz ETW besser ist. Was? 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 Etwas Schmuck. Hier. Geld. Woran hast du gedacht? Okay. Sag, was du gewiss. So, ein Zombie ist jetzt nicht so schlimm. Ich höre. Wenn es dein Wunsch ist. Aber was da drin noch sein könnte, das könnte schlimm sein. Nein, das sind nur Zombies. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Also können wir da eigentlich auch wieder rein stürmen. Ah! Euer Leben ist verwirrt! So soll es geschehen. Dein Befehl? Wer den Zoll zu warmer macht. Was ist los? So soll es geschehen. So, mal gucken. Ist da eine Falle dran? Also ja, damit haben wir hier oben schon mal aufgedeckt. Ein einfacher Schlüssel und Gift verlangsamen. Und du hast keine Schleuderkugeln mehr. Ja, in Ordnung. Also ja, mit dem Schlüssel können wir wahrscheinlich hier aufmachen. Und ich möchte ungern... Woran hast du hier... Sag, was du... Es soll geschehen! ... guten Schlüsselkugeln oder so verschwenden. Ich höre. In Ordnung. So, mal gucken, was ist hier drin. Würdest du dich bitte im Schatten verstecken? Danke. Ein paar Skelette. Und zwei düster Schrecken. Also nicht... Au. Wie kann ich gewiss? Was? Ich tue es. Dein Befehl, ja? Weiter. Sag, was du von mir willst. Gewiss. So, kommt. Au. Die Falle ist immer aktiv. Wie kann ich helfen? Sterben. Wie kann ich Wert erleben? Dein Befehl? Spür meine Sterne an der Klinge! Was ist los? So, jetzt geht hier wieder die Mütze ab. Ja, mir fällt gerade was. Ein Sound. Äh. Musik muss ich noch ein bisschen runterdrehen, weil wir nämlich die Kampfmusik haben. Die übelste. Dann. Ja, gewiss. Woran hast du gedacht, wenn es dein Wunsch ist? So. Dann ist es teilweise zu laut, ist mir so aufgefallen. Äh. Ist etwas nicht in Ordnung? Du heizt dich jetzt mal... Erstmal selber. Du könntest mir einfach selber heilen. Ich kann nicht helfen. Dann werden wir noch einmal leichte Wunden heilen. Für dich. Vita. Mortis. Wann ich fein müssen? Ja. Der düster Schrecken hat gerade ein Schaden... Wie kann ich helfen? Einverstanden? Er... 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 Erlitten. Ja, man merkt düster Schrecken und sind da doch ein bisschen gefährlicher. Geben aber auch ein bisschen Erfahrungspunkte mehr. Was? Wenn es sein muss? Wobei der düster Schrecken einer alleine ist jetzt eher harmlos. Ja? Auf in den Sieg! Jedenfalls hier, die in... Was ist los? So soll es geschehen. Walthus Gate. Die waren richtig übel. Gemalter Stein. Schwerzer Wolfstalisman. Plus 10 auf maximale Trefferbute. Plus 1 Rüstungsklasse. Kältebodus. Wollt es auf kein Kode im Waffen? Ist... Äh... Ja. Eigentlich für uns. Recht gut, weil unsere Rüstungsklasse... Also für... Renoy hier. Weil unsere... Seine Rüstungsklasse ja... ...etwas... ...niedriger ist, dadurch, dass er keine Geschicklichkeit hat. Habe ich nicht zufällig irgendetwas, was ich weiterreichen könnte... ...der noch was tragen könnte. So, dann kannst du nämlich... ...das da auch wieder an ihn abgeben. Wobei das unsinnig ist. Es ist besser, wenn er sich noch... ...zwei Handschwerter hier so schnappt. Sag was einverstanden. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Dein Befehl sofort. Okay, jetzt sollten wir den Hebel betätigen können. Ja, gewiss. Also, man sieht, wir sind schon fertig auf dieser Ebene. Sag was gewiss. ...verle marble. Also, wir sitzen weitere Arbeitsplätze. Vielen Dank.